Donald Trump erlebt sein großes Comeback. Der zukünftige Präsident der USA tritt noch in der Wahlnacht in Florida auf. Mit seiner Familie und seinen Anhängern feiert er seinen Sieg. Er gibt sich gerührt und milde im Ton. Ich werde regieren nach dem Prinzip, was versprochen wird, wird gehalten. Nichts wird mich davon abbringen, euch gegenüber Wort zu halten. Wir werden Amerika sicherer, stärker, wohlhabender, mächtiger und wieder frei machen. Sie hatten sich so große Hoffnungen gemacht. Kamala Harris hatte an ihrer früheren Universität, der Howard University in Washington, ihr Hauptquartier für die Wahlnacht aufgeschlagen. Am Traditionsort für schwarze Studenten waren viele zu Beginn noch elektrisiert. Das ist eine Premiere. Der Gedanke, dass ich vielleicht nur eine halbe Stunde entfernt bin von der Verkündigung der ersten schwarzen Frau als Präsidentin, und die ist von meiner Uni, da muss ich einfach dabei sein. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Schnell und eindeutig sammelt Trump entscheidende Swing States ein. Die Republikaner gewinnen außerdem die Mehrheit im Senat. Für das Repräsentantenhaus steht das Ergebnis noch aus. Ernüchterung bei den Demokraten. Die Party ist vorbei, Harris tritt in der Nacht nicht auf, will die weitere Auszählung abwarten. Gleicher Ort, nächster Tag. Harris wendet sich unter dem Jubel der Howard-Studenten an die Nation und gesteht ihre Niederlage ein. Das Licht von Amerikas Versprechen wird immer hell leuchten, solange wir nicht aufgeben und weiter kämpfen. Die Börsen reagieren am Morgen mit Kursgewinnen auf Trumps Triumph. Besonders stark schnellt der Kurs der Tesla-Aktien nach oben und macht Trump-Unterstützer Elon Musk für heute um Milliarden reicher. Amerika sortiert sich neu. Präsident Biden hat bereits mit seinem Nachfolger Trump telefoniert und ihm zum Wahlsieg gratuliert. Präsident Untertitelung des ZDF, 2020